So Leute, heute ist der 27. Dezember und wir sind hier bei einem weiteren Türchen vom Adventskaliner von Bleib Hieromatisch. Noch vier Tage bis Silvester. Ich hoffe, eure Vorfreude ist auch schon hoch, auch wenn es im Moment nicht so viel zu kaufen gibt. Und hier haben wir die Luftheuler Grün von Funke. Ja, die blauen waren ja auch schon drin. Das finde ich richtig cool, dass die hier drin sind. Wir sehen uns dann gleich beim Testvideo. Bis gleich! Ja, man sieht schon, leicht grüner Ausstoß auf jeden Fall. Gleich noch ein Zweiten hinterher. Ja, fliegen ordentlich weit. Geiles Produkt kann man sagen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!